Hallo zusammen, heute widmen wir uns einem wunderschönen Dessertwein, einem Süßwein aus dem Weingut Törle im schönen Saulheim in Rheinhessen gelegen. In dem Fall die Rebsorte Scheurebe. Die höchste Qualitätsstufe, die man im Süßweinbereich erreichen kann, ist die Auslese. Einem Wein, der aus sehr alten Rebstöcken kommt, aus der tollen Lage Schlossberg. Wunderschöne, exotische Noten besitzt. Der Wein ist nach der Lese 36 Stunden in seinem eigenen Saft nochmal gelegen, auf den Trauben gelegen, um nochmal den Extrakt aus den Schalen zu ziehen. Hat sehr schöne, wie gesagt, exotische Noten, ein bisschen Maracuja, ein bisschen Papaya, ein bisschen schöne reife Ananastöne. Eignet sich natürlich perfekt zu Nachspeisen, Edelschimmelkäse, einer schönen Apfeltart, auch zu einem Eis oder irgendwelchen anderen süßen Nachspeisen. Wunderschöner Wein, der sich in der Jugend toll präsentiert, aber auch toll reifen kann natürlich. Mit einem sehr geringen Alkohol von nur 8,5% und einer sehr lebendigen Säure. Traumhafter Nachspeisenbegleiter. Viel Spaß damit. Untertitelung des ZDF, 2020